Wir könnten ab dem 1.8. dort einziehen. Okay. Was sagst du? Ganz schön schnell, oder? Was meinst du damit? Ich glaube, ich kann jetzt erstmal nicht nach München ziehen. Ich habe gerade eine Flasche aufgemacht. Ihr wollt doch sicher zum Chinesen und nicht zum Italien. Lass uns zum Chinesen gehen. Prost. Und bevor wir essen gehen, wollten wir euch noch was sagen. Na, also, möchtest du? Sag du es ihm. Also, Jürgen und ich, wir... werden uns trennen. Wir haben nicht lange besprochen und das ist besser für uns beide. So wundscherz, oder? Wir sind uns einig. Wir sind sicher. Dein Mann, das ist besser. Das ist besser für uns alle. Wir sind sicher. Also, wir sind einig. Wir sind so sehr, was wir sagen. Alle unsere alle.